Dankeschön. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, was sind die Ursachen dafür, dass so viele Leitungsstellen in Berlins Schulen unbesetzt sind? Fehlendes Handeln des Senates, die Bezahlung oder zu viele Aufgaben, die auf zu wenige Schultern verteilt werden, zu wenig Anerkennung oder keine ausreichenden Fort- und Weiterbildungen, zu wenig Werbung. Sicherlich trifft alles zu, aber auch sicherlich noch mehr in unterschiedlicher Wichtung. Werden alle Ursachen mit diesem Antrag behoben? Ich denke nicht. Und insgesamt scheint er mir an einigen Stellen noch unausgegoren und auch nicht ganz rechtssicher. Und das, obwohl die beiden ja vor einem guten Jahr an die Öffentlichkeit gelangten Ursprungsanträge von CDU und SPD doch mittlerweile ausreichend diskutiert und mit Schulleiterinnen und Schulleitern beraten sein könnten. Zum Antrag selbst. Der Anlass ist ernst genug. Gut, dass die Koalition nun endlich handeln will, wenn auch reichlich spät. Es ist ja wohl bekannt, dass auch Schulleiterinnen und Schulleiter älter werden. Und seit Jahren ist auch bekannt, dass die Stadtbevölkerung wächst. Da aber nicht nur Stellen für Schulleiterinnen und Schulleiter unbesetzt sind, sondern auch die ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter, fehlt mir der Fokus auch darauf in diesem Antrag, wie schon in dem vorhergehenden zur Anhebung der Bezüge. So wie der Antrag völlig richtig ein komplettes Verwaltungsteam fordert, sollte er ebenso ein komplettes Leitungsteam fordern und die Bedingungen dafür schaffen, dass es auch alle Aufgaben erfüllen kann. Dabei gehören die Zumessungsrichtlinien für Ermäßigungstatbestände und die Höhe der Unterrichtsverpflichtung für die Pädagoginnen und Pädagogen mit Leitungsfunktion genauso auf den Prüfstand, wie die zu geringe Möglichkeit der Zumessung von Ermäßigungsstunden für alle Pädagoginnen und Pädagogen, die an den Schulen besondere Aufgaben erfüllen. Und wenn ich gerade dabei bin, eine Schule ist nicht so gut wie die Schulleiterin oder der Schulleiter oder wie das Kollegium, sondern wie das Zusammenspiel aller Kräfte, die an der Schule agieren. Stärkung erfährt die Schulleitung auch durch gut besetzte Fachleitungsstellen. Letztere wurden in den letzten Stellen in den letzten Jahren massiv gekürzt und in Grundschulen existieren sie gar nicht. Das muss verändert werden. Ich muss aus dem Antrag noch zwei Punkte herausnehmen, die im Text unklar bleiben. Erstens, was soll das im Anstrich 4 genannte vorgesetzten Rückmeldeverfahren sein? Zweitens, habe ich ein absolutes Problem, genau wie meine Kolleginnen von den Grünen mit dem Anstrich 5. Wieso soll an Brennpunktschulen etwas gelten, was an anderen Schulen nicht gelten soll? Eine Erweiterung von Entscheidungsbefugnissen und die Stärkung der Autonomie ist zu begrüßen, aber dann noch bitte an allen Schulen. Was dann auch noch zu definieren wäre, ist, wann gilt eine Schule eigentlich als Brennpunktschule und was passiert, wenn sie diesen Status verliert? Müssen dann neu gewonnene Entscheidungsbefugnisse und Autonomie an der Garderobe wieder abgegeben werden? Und was mir völlig unklar ist, ist das Drohsszenario, das hier aufgebaut wird. Was soll dieser Satz, Zitat, bei der zukünftigen Gestaltung von Arbeitsverträgen für Schulleiter, Schulleitern, schöner Verschreiber übrigens, an Brennpunktschulen soll ein vereinfachtes Verfahren für Konsequenzen bei Nichterfüllung definierter Leistungskriterien entwickelt werden? Gegen wen richtet sich diese Drohung? Gegen den Schulleiter oder die Schulleiterin selbst? Oder sollen sie so mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen umgehen? Hier zweifle ich in beiden Fällen die Rechtssicherheit an. An den Schluss möchte ich noch einen Vorschlag setzen. Frau Schuhknecht, bis vor kurzem noch Schulleiter der Friedensburg-Oberschule, sagte sinngemäß, dass er immer gerne Lehrer war und diesen Beruf bis vor einigen Jahren für den Besten im Schulwesen gehalten hat. Aber er hat sich geirrt, sagt er selber. Warum? Gute Schulleiterinnen hätten weiterhin Kontakt mit Schülerinnen, können in der Schule etwas bewirken und stehen mit allen Akteuren im Kontakt. Dafür habe er diesen Beruf ergriffen und deshalb sei Schulleiter jetzt der beste Job im Schulwesen. Da sei er auch gerne mal an allem schuld, denn die Bewertung von Schulleitern gehe ja sehr schnell. Ich sage, es gibt so großartige Schulleiterinnen und Schulleiter wie Ihnen, überlegen wir doch gemeinsam. Das fehlt nämlich auch in dem Antrag, wie wir Ihnen auch größere öffentliche Anerkennung zuteil werden lassen können.